Hier hat er nur eine Kralle. Er hat keinen Bock. Machst du? Das ist der Koppel. Wer? Schau die. Okay. Jetzt schleicht er sich lieber an der Wand lang. Besser ist es. Guck, 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 guck. No way. Okay, wo geht's jetzt hin? In den Laden? Jetzt geht's in den Laden. Hier geht rein, ja? Okay. Okay. Wie kann das das denn? Wie geht's rein? Ich kann das mal kurz hin. Welches T-Shirt wollen wir denn haben? Welcher größer? Wie ist das denn? Ja, jetzt können wir hier entscheiden. T-Shirt oder doch lieber ein Bikini? Guck mal, da ist er drin. Guck mal, da ist er drin. Guck mal, da ist er drin. Ja, jetzt hat er ihn entdeckt. Guck mal, getreten.